20 Jahre Bürgerkrieg. Bürger spielen ja keine Rolle. Hadir ist trainiert. Verbündet, entführt, spielt keine Rolle. Er brachte das Gas nach Russland. Er tat es mit Al-Katala's Hilfe. Er hat das Netzwerk und die Leute. Kann man es ihm übel nehmen? Inoffiziell nicht. Aber hier geht es um mehr als Hadir. Wir haben zwei Optionen. Was, wir waren Moskau? Oder Mütterchen Russland schluckt ihre eigene Medizin. Eine Menge Unschuldige werden sterben. Durch einen Freund des Festens. Okay, kommen wir zur Sache. Ihre Empfehlung? Eine Geschäftsreise. Inoffiziell? Total. Wer ist Ihr Team? Ein paar alte Freunde. Und der Sergeant? Ist bereit. Ich bringe Sie rein, dann sind Sie auf sich gestellt. Nur Waffen der Gas-Nation. Ich mach das schon. So, nur AKs. Oh Gott, 45. Äh, was ich mal gucken würde? Tolle Aussicht, Nikolai. Warten mal Hauptstadt vor Moskau. Die gute Harte Zeiten. Sack bitte das Borg. Da sind zwei an der Tür. Mehr Al-Katala im Innern. Die Fahrzeit kommt. Beobachten. Guter Ort. Park nur Wichser. Der Schlechter gab es Shirt. Das Schwein aus der Botschaft. Kein Gas. Kein Hadir. Feierschuss. Verlackend. Noch nicht. Der Schlechter führt uns zu Hadir. Oder der Gasangriff geht los. Wenn das passiert, sind wir alle am Arsch. Ausrüsten. Wird fies. Die Uhr trägt. Hier lang. Wie viel Zeit haben wir? Ein paar Stunden. Äh, was ich mal ganz kurz gucken wollte. Oder weniger. Hast du alles? Mehr ging nicht in so kurzer Zeit. Schalldämpfer. Munition. Keine Blattgranaten. Gute Arbeit, Nick. 40er Hohlspitz. 1,50 grain. Wie du es magst. Keine Ahnung. Keine Ahnung von den Waffen. Versteck sie vorerst. Treffpunkt am Lager. Okay. Bring das Paket. Auf den Weg, Captain. Ich weiß, dass du den schlechter töten willst. Das kranke Schwein kann man nicht tief genug vergraben, Sir. Du kriegst deine Chance. Aber fürs Erste brauchen wir ihn lebendig. Privet. Privet. Dobre otra. Nicht schlecht. Mehr kann ich nicht. Privet. Okay. Zweites russische Wort. Drittes russische. Nach Piliat. Die Waffen, damit sie keine Raum schlagen. Und dringend dann über die Hintertür ein. Roger. Auf mein Zeichen schießen. Nicht vorher. Ruhig bleiben. Wir haben Befugnis. Sag sie ihm gerade. Hier. gut gemacht. Nikolai. Müll auf den Straßen. Ihre Abitüden. Du denkst an alles. Du denkst an alles. Aufpassen. Der Schlechter führt uns zu Hadir. Wir brauchen ihn bis dahin lebend. Wir nehmen Rache. Heute werden nicht wir leiden und sterben. Bestätigt. Ziel hinter dem Tisch. Wir bedanken unserem neuen Soldat. Wir bedanken unserem neuen Soldat. Der Schlechter haut ab. Hört sie. Sicher. Alles gesichert. Ihm da. Bleibt dran, Garrick. Verlier nicht. Sie dürfen mir nicht folgen. Sie dürfen mir nicht folgen. Der Schlechter ist in Bewegung. Vollgeben. Lass sie nicht entkommen. Schlappe hier. Erledigt. Ich wäre so ein schlechter Soldat. Alter, der raduliert ja richtig. Nikolaus, das Ziel bewegt sich in Richtung. Bereithalten für Evakuierung. Stetig. Ich weiß, wo ihr seid. Woher? Die Schülze, wie sonst. Bleib dran. Ende. Folge ihm. Ich fange ihn von der anderen Seite an. Wasser! Dich kalt, du Hurensohn. Hörst du mich? Ah! 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 Sie sterben! Dein! Ah! Fange ihn von der anderen Seite an. Wunder! Ah! Ich weiß, was auch wo du hinschießt. Hurensohn! Hörst du mich! Jo! Sie sterben! Dein! Fange ihn von der anderen Seite an! Ich darf ihn ja nicht erschießen! Ich darf nicht sterben! Äh! Äh! Das ist gut, Sir! Das Ziel bewegt sich. Flussaufwand! Ah! Kontakt! Fahrzeug direkt vor Ort! ich kann mir stehen die speicherpunkte sind ja auch interessant auch schon gesichert der schlechte haut ab hinterher schnäller nicht er geht das kaffee flussofa süden wo steckst du Geh, Mgept'in! Ja, hallo? Alter, die MG ist übelst stabil. Könnten wir denn mal irgendwann mal heute noch losfahren? Dankeschön. Alter. Wo sind die Chemikalien? In deinem Russenarsch. Kommen sie denn dahin? Du kannst mir nicht wehtun. Aber du, Captain, du kannst das besser. Denkst du, ich habe dein Gesicht vergessen, S.A.S.? Und du, Sergeant? Hey, ich schalte deinen Kopf an! Der verdammte Penner! Wir müssen den Bastard brechen, Captain. Genau das machen wir ja. Nikolai, wo ist das Paket? Ich bringe es rein, Captain. Okay. Geh zu Nikolai, hol das Paket und bring es her. Ich glaube, das ist das Fahrrad oder wie du weißt. Das Paket ist drin. Was ist das? Oh, ich glaube, seine Frau ein Kind. Wir wissen nichts. Zum Verhandeln. Vielleicht ändert der Schlechter seine Meinung. Mama, was passiert hier? Bitte, lassen Sie meinen Sohn. Wir tun, was Sie wollen. Mama, Angst, Mama. Du bist Mamas tapferer Junge. Wo gehen wir hin, Mama? Wir reden mit ein paar Männern. Und dann gehen wir wieder nach Hause, ja? Was Sie da tun, ist unverzeihlich. Wir sind unschuldige Menschen. Ich will wissen, warum wir hier sind. Kyle, du musst das nicht tun. Bist du dabei? Ich will das aber. Ja, natürlich. Ich bin dabei. Ganz. Gut. Übergib sie jedem. Nicht! Nein! Bitte! Husha! Hau! Los, nichts an, du Hohlensohn! Ohne Sandhandschuhe. Wie gewünscht. Was hast du getan? Dein Sohn ist hier, dein Kind. Er hat kein Problem, Kindern weh zu tun. Ist doch so, Kyle. Keins. Halt's Maul. Was hast du getan? Ich sagte doch, du sollst uns rasch halten. Käpt'n, ich sollte gehen. Wegtreten. Nimm den Revolt an. Was werden Sie uns antun? Niemand wird euch irgendetwas antun, meine lieben Sergeant. Pass auf. Tu meiner Familie etwas an. Kann ich ja nicht sehen jetzt. Ja, nicht. Nein. Hey, hey, hey. Hey, nein. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sieh mich an. Stopp. 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 Du bist ein Teufel. Du hast das Urteil gesprochen, Kyle. Ich würde den Sergeant hier nicht mit einer geladenen Waffe rumfuchteln lassen, wenn es nichts sein muss. Also. Letzte Chance. Wo ist das Gas? Hey, hey, hey. Nein, nein, lass ihn, lass ihn. Hör zu. 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 Karetka Theater. Nein, es stimmt. Das Gas ist dort. Karetka Theater. Ich schwöre es euch. Wo ist Hadir? Der Grünschnabel? Ihr könnt ihn nicht mehr aufhalten. Los, Sergeant. Rette beschissene Russen. General Barkov ist längst tot. Hadir. Erst hinter Barkov her. Wir sind hier fertig. Pack deine Sachen. Das Gas ist beim Karetka Theater. Nein. Sichern und melden. Du kennst das. Nachir. Nimm den Wagen. Er bringt dich aus der Stadt raus. Hadir ist auf Barkovs Anwesen. Er wird ihn töten. Und einen Weltkrieg starten. Nicht, wenn wir vor ihm dort sind. Garrick. Schlag ein. Gibt. Es gibt einen schmalen Grad zwischen richtig und falsch. Drei. Drei. Одin. Schau. 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 Werden. Seh. Okay. Kontrollpunkt. Für uns. Macht das einen Unterschied? Die Straße ist dicht. Und jetzt? Draufhalten. Und wenn sie nicht ausweichen? Dann bricht gleich die Hölle los. Drei Sekunden. Das ist deutlich Zeit. Du heilige Scheiße, Käpt'n. Nikolai hat uns gerettet. Wenn sie uns folgen, passiert nicht. Boss. Was zur Hölle machen wir hier? Wir räumen den Dreck weg. Mit Frauen und Kindern? Als Druckmittel. Ohne Handschuhe kriegst du Blut an deine Hände, Kyle. So ist das nun mal. Und wo ziehen wir dann die Grenze, Sir? Du ziehst die Grenze. Wo immer du sie ziehen musst, Kyle. Letztlich muss einer dem Feind Angst vor der Dunkelheit machen. Wir werden schmutzig. Die Welt bleibt sauber. Das ist die Mission. Also wenn du Skrupel hast, kriege ich das auch allein hin. Nein, Sir. Keine Skrupel. Gut. Und jetzt so hört ihr, bevor er Barkov killt.